So, also ich versuch's jetzt noch einmal. Ich bin jetzt wieder in dem Kampf mit Sabu drin. Und hoffe, dass das einigermaßen funktioniert. Exit. Skipp erst mal. Er blendet natürlich alle. Weg mit dir. Immer noch zu wenig Angriff. Okay, wieder geblendet. Das ist okay. Hey, aber wir durften noch mal zuhauen. Das ist nett. Das finde ich gut. So, jetzt gehen wir aber erst mal zurück in die Festung und warten, bis wir neue Leute haben. Sonst hat das hier keinen Sinn. Und du kommst jetzt bitte gleich mal runter. So schön. Okay, die anderen haben so wie vorher alles verlassen. Er kam dann runter, genau. Wollte dann in die Festung rein. Dann holst du dir diese Festung. Und ich habe diesmal einen Schritt weniger gemacht zu der anderen hin. Sodass ich jetzt in die andere Festung wieder zurücklaufen kann, die sie diesmal nicht versucht hat zu erobern. Das ist so ungewöhnlich. Exit. Wir haben also ein bisschen was umgeändert. In ihrer Strategie. Wundert mich, aber okay. Nummer eins. Nummer zwei. Komm schon. Reiß die Mauer ein. Das wäre geschafft. Dann das Hündchen noch. Und dann sind wir auch schon durch. So, die Festung gehört schon mal wieder uns. Da stellen wir uns auch gleich erstmal rein. Bald können wir neue Leute rekrutieren. Alles ist gut. Und dann wirst du zurückgehen und ihn könntest du eventuell besiegen. Packed for several. Wir speichern nochmal. Dann wäre der nämlich endlich weg. Dann wäre der sowas von weg. Auf geht's. Da kommen wir sogar rum. Ja. Diesmal werden wir ihn kriegen. Oh, ich bete drum. Ich bete drum. Gut, laufen wir nach vorne. Natürlich ein bisschen Paralyse. Ist nicht schlimm. Kriegen wir hin. Töten. Hätte mal die andere doch hingeschickt. Aber selbst die wäre gestorben. Alles gut. Gut. Sauerer Regen. Macht mir nichts aus. Komm rein, komm raus. Macht mir nichts aus. Und wir haben es fast geschafft. Der saure Regen macht jetzt noch die restlichen Ruiden weg. Und dann haben wir gewonnen. Super. Sehr viele Leute verloren, aber es hat sich gelohnt. So haben wir wenigstens Ruhe. Oh Gott, verdammt. Ich weiß nicht, wie viele Festungen wir noch erobern müssen, aber eine ist definitiv dort hinten irgendwo. Die werden wir uns gleich holen. Wir werden jetzt bloß hier alles ausrüsten mit neuen Leuten. Du kannst übrigens auch weiterlaufen. Du kommst weiter runter. Ich hätte dich vorher mal runterholen sollen. So, du. Wir speichern kurz. Safe Game unter Versuch 4. Gehst erstmal hier mit hin. Gut, da kommen die nächsten, die irgendwie an irgendwelche Vögel geraten sind. Du passt jetzt auf diese Festung auf. So, dann haben wir wenigstens den Schutz offiziell hier. Du passt auf diese Festung auf, dass die sich nicht gleich reinporten können. Obwohl, hier ist ein gewisser Schutz drin. Das ist in Ordnung. Wir kaufen uns noch ein Zauberbuch. Kriegen sogar das Dimensionstor. Das hat er sich natürlich nicht geholt. Ja, besieg ihn mal. Er hat nur ein Vögelchen. Zaubern, zaubern, zaubern. Wir könnten auch den Sturm zaubern, aber das könnt ihr vergessen. Nix ist. Fluch auf die, dass sie nicht ganz so viel Schaden fahren. Ab nach vorne. Ja, wir werden geblendet. Ist okay. 20 Schaden, mehr nicht. Skippen. Töten. Oh, ein Troll ist tot. Aber der Vogel auch. Komm schon, lass uns wenigstens noch in die Festung rein, okay? Ja, es funktioniert. Uh, dann haben wir es fast geschafft. Zaubern. Hm, Storm. Nix ist. Turn on dead. Funktioniert nicht. Ich glaube, das funktioniert nur, wenn man Untote mit irgendwie mit drin hat. Das ist gar nicht, wofür der Zauber gut sein soll. Bless. Einmal Segen auf Dida. Unsere starken Kräfte gehen alle schon mal hin. Geblendet. Auch nett. Oder nicht schlecht. Einer. 45. Weg mit denen. Kümmerst dich um das Einhorn. Duo um die Fee. Tatsächlich hat ein Bogenschütze noch einen Troll getötet. Nein, sowas. Skip. Weg mit denen. Skippen. 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 Das ist nicht schlimm. Der eine Troll, das kann ich verkraften. Skipp. Töten. Gut. Die Festung gehört uns. Endlich. So, rein da. Beschützen. Lass sie nicht durch. Einen Vogel können wir noch kaufen. Der passt auf. Theoretisch müsste ich dich noch töten, aber ich traue mich nicht rauszukommen. Das wird jetzt aktuell nichts. Ähm. Ja. Was hast du für Leute? Ein paar von denen. Hier sind auch noch Leute unterwegs. Die hat auch noch einen Pack. A few and a lot. Nein, sowas. Dann bauen wir hier jetzt meinetwegen den Zaun aus, damit wir die Einhörner bekommen. Dann hat sie es noch mal schwerer uns zu besiegen. Wir nehmen noch eine Sorceress mit dazu. Die sich auch gleich die Zauber einprägt, die nichts bringen. Okay. Gut, du gehst zurück in deine Festung. Wartest auf die nächste Woche. Die kommt jetzt. Okay. Die Wolf-Population ist gestiegen. Das ist mir relativ egal. Dich können wir fertig machen. Ich muss bloß einmal ganz kurz in die letzte Festung, die wir erobert haben. Ne, in die vorletzte. In die hier. Kaufen wir noch schnell neue Leute, dass wir das sichern können. Für den Turm haben wir was zu wenig? Quecksilber. Naja, gut, okay. Das kann ich verstehen. Zehn davon. Davon noch ein paar. Wofür sind das Cottage? Achso, für die... Zwerge. Die haben wir noch gar nicht mit drin. Dann sollte ich die Taverne gleich mal errichten. Einhörner nehmen wir mit dazu. Okay, das müsste reichen. Gut. Abwarten. Speichern. Safe Game unter Versuch 2. Und dann wirst du von oben wieder runterkommen und die Pöppi vernichten. Du wartest. Du wirst wahrscheinlich gleich kämpfen müssen. Und du wirst einfach mal hochlaufen. Nimm die Moral mit. Okay, Pöppi hat nichts gemacht. Die hat sich einfach nur hingestellt. Töten. Wieder ein Held weniger. Und dann dürfte nur noch einer durch die Gegend streifen. Den kriegen wir auch noch irgendwie tot. Mit ganz viel Mühe. Können sogar noch wiederbeleben. Protection erst einmal auf euch. Ich habe zwar keine neuen Leute gekauft, aber das muss ich auch nicht. Wir sind so gut wie fertig. So ist gut. Da ist bloß einer. 22 davon. Skip. Töten. Ende. Gott sei Dank. Defense Skill plus 1. Dann runter. Du wartest. Du wartest auch. Du. Bleibst in deiner Festung und passt auf. Ist der andere schon dran gewesen? Ja. Ne. Ist er noch nicht. Nochmal speichern. Ich will noch wieder in die Festung zurückkommen, falls irgendwas ist. Speichern unter Versuch 4. Ihr müsst ja noch ein Vögelchen aufpassen, ne? Apropos Vögelchen. Wir können wieder neue kaufen. Her damit. So, dann haben wir wieder 4. Hier ist irgendwo bestimmt noch eine Festung oder ähnliches. Gleich mal neue Leute ausrüsten. Okay. Damit sind wir wieder ein bisschen sicherer. Ich werde hier wahrscheinlich noch einen neuen Helden rekrutieren müssen. Wo ist der? Hier ist er nicht. Da ist er auch nicht. Aber hier sind überall noch Vögel unterwegs. Schwefel nehmen wir mit. Ist er das? Ja. Das war er. Er hat sich versteckt. Oder er geht hoch. Er geht hoch. Er will in die Festung. Okay. Du kommst bitte runter. Du schützt sie von der Seite. Und gelb wurde aus dem Land verbannt. Sie haben keine Festung mehr. Das heißt, wir haben alle. Hier ist gar keine. Oh Gott sei Dank. Gott sei Dank. Und jetzt können wir alles kollektivieren. Aber jetzt ist es kein Problem mehr. Wir sammeln sämtliche Minen ein, die es gibt. Auch Quecksilber. Brauchen wir dringend für unsere Vögel. Schwefel nehmen wir gerne mit. Dann brauche ich die Kristalle wieder. Du kannst dich auch noch ein bisschen umsehen. Edelsteine haben wir noch genug. So, und wir haben wieder eine neue Woche mit neuer Population. Das ist schön. Bisschen Holz nehmen wir noch mit dazu. Hier kann man auch noch das ein oder andere an Ressourcen rausholen. Da holt der die Ressourcen. Dankeschön. Und du. Ja, guck dich mal ein bisschen um. Wir laufen jetzt gemeinsam mal hier runter. Ist hier vielleicht noch was? Da gucken wir auch noch mal. Okay, hier ist nichts weiter. Dann wieder ab nach Hause. Dann bauen wir in den jeweiligen Städten aus. Gut. Hier. Haben wir unsere Paladine. Alles ist gut. Da. Können wir Drachen fertig machen. Mit dem Mace und dem Swamp. Swamp haben wir. Mace kann ich nicht bauen, weil uns die Krypta fehlt. Gut. Bauen wir die Krypta. Dann haben wir hier alles. Sehr schön. Hier bauen wir jetzt so weit aus, dass wir die Pyramide kriegen. Hier bauen wir nichts weiter. Das haben wir alles. Also Paladine bekommen wir noch und nöcher. Hier ist noch alles in Ordnung. Aber ich habe hier noch keinen Tower. Ach so, weil wir die Quecksilberteile nicht haben. Das ist natürlich doof. Den Black Tower können wir uns nicht leisten, weil uns Späfel fehlt. Ja, Späfelminen sind auch relativ selten geworden. Hier haben wir auch schon alles. Nehmen wir mal die Paladine mit. Hier haben wir sogar den Tower. Sehr schön. Okay, ganz ruhig. Dann sammeln wir jetzt erstmal alles zusammen. Suchen die ganzen Minen. Auf das wir noch ein bisschen was kriegen. Du holst dir auch noch neue Paladine. Bringst die dann rüber. Wir werden ganz viele Boote kaufen, die alle kollektivieren in der Mitte. Du wartest ganz gemütlich. Kommst runter. Du ebenfalls. Aber jetzt sollte es kein Problem mehr sein. gegen die Viecher zu kämpfen. Und die Drachenstadt zu erobern. So, die Karte wird aktualisiert. Eigentlich ist mir das egal. Ich wollte bloß an das Quecksilber ran. Wir bauen noch ein bisschen aus. Und zwar nicht hier, sondern in der anderen Festung. Da, wo der Brunnen fehlt. Da. Da kommt jetzt ein Brunnen rein, dass wir noch mehr Zyklopen kriegen. Dann werden wir hier... Eine Tower kann ich noch nicht bauen. Schade. Aber wir können schon mal Drachen produzieren. Mit dem schwarzen Turm. Genau. So. Schwefel ist alles weg. Weiter. Jetzt haben wir noch mehr Quecksilber. Wie viel Quecksilber haben wir jetzt? 19. Reicht nicht. Aber die Population steigt immer weiter. Ein bisschen Holz. Die Schwefelmine holen wir noch. Kristallmine ist egal. Brauchen wir lediglich für unsere Zyklopen. Kristalle haben wir, denke ich, mal genug. Okay. So. An jeder Stadt, wo es die Möglichkeit gibt, bauen wir jetzt ein Boot. Also hier ein Boot. So, dann nehmen wir nämlich die Paladine gleich mit und sammeln die alle zusammen. Ja, meinetwegen auch noch die hier und die Schwertkämpfer. Es wird kein einfacher Kampf. Wir sollten uns darauf gefasst machen, dass es sehr schwer wird. Zumindest gehe ich davon aus. Die lassen wir hier. Das ist egal. Aber die Zyklopen, die möchte ich gerne mitnehmen und die Trolle sind wunderbare Fährenkämpfer. Nur muss sie irgendjemand holen. Wer ist denn hier in der Nähe? Die Zauberin. Du kannst schon mal ein Schiff bauen. Shipyard. Plus Ship. Dankeschön. Lässt die jeweiligen Leute hier. Gießt hoch und holst die Zyklopen und Trolle. Du gehst auch zurück. Baust ein Schiff und ein Shipyard. So ist schön. Weitere Zyklopen rekrutieren. Ich sinnاث Och. Du gehst auch zurück.